Der große Stern des Sports in Gold 2017 geht an die Gämsen. Applaus für die Klettergruppe aus Wuppertal, einer Sportgemeinschaft für Menschen, die an Multiple Sklerose leiden. Die Gämsen erhalten dafür den großen Stern in Gold und einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Man hat etwas begonnen im ganz kleinen Kreis und man hat schon gesagt, Mensch, vielleicht kannst du andere dafür begeistern. Das ist jetzt aber eine Begeisterung in der Größenordnung stattfindet. Da hat nie jemand mit gerechnet. Auch dieser Betrag, den wir jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, war völlig von Socken. Bei der Verleihung der Sterne des Sports werden Vereine und Gruppen für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Mit dabei sind Clubs, die Behinderte integrieren oder auch Flüchtlinge. Auf dem zweiten Platz landet der Judo-Club Kim Chi aus Wiesbaden. Er hat ein Selbstverteidigungskonzept für Kita- und Grundschulkinder entwickelt. Ein großartiger Erfolg und wir haben einen Scheck über 7.500 Euro gekriegt. Der Preis wird seit 2004 vergeben. Die nächste Bewerbungsrunde steht bereits im April an. detach Unless Oder oder check nach bis 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 biz bis